Hey Leute, seit meinem gestrigen Video sind in unserem Bitcoin-Chart einige sehr, sehr spannende Entwicklungen passiert, über die ich in diesem Video natürlich ganz genau und detailliert sprechen werde. Für all die Leute, die jetzt gerade einen Trade offen haben oder gerade am Überlegen sind, einen Trade zu setzen, die sollten dieses Video unbedingt bis zum Ende anschauen, denn ich werde in diesem Video ganz genau Details dazu geben, wie wir jetzt weiter fortfahren sollten. Außerdem gibt es in diesem Video erneut ein Update zu meinem aktuell noch laufenden Bitcoin-Trade, der mit mehreren hunderttausend Dollar im Profit ist. Davon abgesehen werde ich in diesem Video erneut nicht nur über Bitcoin sprechen, sondern ebenfalls über Shiba Inu. Wenn euch diese Sachen interessieren, wie gesagt, schaut euch dieses Video unbedingt an und nehmt euch die drei Sekunden Zeit. Tut mir den Gefallen, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnet diesen Channel und aktiviert die Glocke, denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr diese Art von Informationen immer genau danach haltet, wenn gerade etwas Spannendes im Bitcoin-Chart passiert. Und außerdem könnt ihr euch immer sicher sein, dass ihr stets von YouTube benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank Leute und wir starten nun mit unserem kleineren Timeframe. Wir sollten uns jetzt explizit die kleineren Timeframes anschauen, um abschätzen zu können, ob die Bullen oder die Bären gerade die Kontrolle über dem Markt haben. Dies wird signifikant sein für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin. Aber Leute, wenn wir hier einmal auf unserem Bitcoin-Einstunden-Chart schauen, haben wir hier in diesem Moment an dieser Stelle eine sehr, sehr wichtige Entwicklung. Und zwar hatte ich gestern in meinem Video über dieses Falling Wedge in diesem Bereich gesprochen. Und ich sagte ja, dass die Wahrscheinlichkeit nach oben auszubrechen etwas höher ist, als nach unten auszubrechen. Und exakt, genauso wie ich es vorher gesagt hatte, sind wir aus diesem Falling Wedge nach oben hin ausgebrochen. Und genau hier in diesem Bereich, was wir ebenfalls an Informationen aus diesem Chart gewinnen können, ist das Volumen zu dem Zeitpunkt, wo wir nach oben ausgebrochen sind. Leute, wir haben einen Ausbruch mit einem erhöhten Volumen erlebt. Somit ist es wahrscheinlich, dass wir an dieser Stelle wirklich aus diesem Falling Wedge nach oben ausgebrochen sind und dieses Ganze nicht nur ein Fake-Out ist. Interessant finde ich es, dass wir, nachdem wir ausgebrochen sind, erneut auf diese Widerstandslinie runtergegangen sind. Und zwar mit einem weniger werdenden Volumen können wir hier in diesem Bereich erkennen. Und nachdem wir diese Linie halten konnten, sind wir mit einem erhöhten Volumen nach oben gebounced. Jetzt gerade sieht es allerdings so aus, als wenn wir erneut einen Retest von dieser Widerstandslinie machen, welches ja nun zu einem Support geworden ist. Wichtig wird es deswegen sein, dass wir diese Linie weiterhin halten können. Denn nur so können wir davon ausgehen, dass wir ein Preisziel von in etwa 67.000 Dollar in den nächsten Stunden oder in den nächsten Tagen erreichen werden. Aber Leute, ich möchte noch einmal detaillierter auf dieses Falling Wedge in diesem Bereich eingehen. Was ich hier bei diesem Pattern erkennen kann, ist, umso mehr Zeit vergangen ist bei diesem Pattern, desto weniger Volumen haben wir gehabt, bis wir hier angekommen sind zu der Stelle, wo wir nach oben ausgebrochen sind. Und genau an dieser Stelle haben wir erneut ein höheres Volumen gehabt, was dafür spricht, dass dieses Pattern von sehr vielen Tradern respektiert wurde und getradet wurde. Theoretisch haben wir hier einen Musterausbruch aus diesem Pattern nach oben erlebt. Und natürlich noch ein Wort zu unserem Fear and Greed Index. Wir sind etwas runtergegangen mit dieser Zahl. Wir waren gestern auf 72, jetzt sind wir auf 68. Das ist kein großer Unterschied, aber trotzdem umso weniger Punkte wir in unserem Fear and Greed Index haben, desto unwahrscheinlicher ist eine Korrektur. Umso höher diese Punkte sind, desto wahrscheinlicher wird eine Korrektur dann auch werden. Jetzt gerade würde ich nicht unbedingt behaupten, dass wir mit einer größeren Korrektur rechnen müssen. Wenn eine Korrektur, dann würde ich eher sagen, dass wir so wie in den letzten Tagen immer wieder mal kleine Korrekturen erleben werden. Und Leute, über dieses Pattern hatte ich ja ebenfalls gestern in meinem Video gesprochen. Dieses Pattern hat ja unser Abtrend angezeigt. Und nachdem wir aus diesem Abtrend nach oben hin ausgebrochen sind, das heißt, der Bullenmarkt noch ein bisschen stärker geworden ist, sind wir erneut auf dieser Widerstandslinie gebaut und sind jetzt auf dem Weg nach oben. Ein extrem positives Signal für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin. Denn dieses Pattern, was wir hier im Gesamten erkennen können, ist nicht nur irgendein Pattern, sondern ein sehr, sehr wichtiges Pattern. Umso länger ein Pattern braucht, um sich zu bilden, desto wahrscheinlicher wird es auch sein, dass dieses Pattern ein signifikantes Pattern ist. Hier können wir erkennen, dass dieses Pattern angefangen hat am 14. Juni und wir sind erst am 15. Oktober nach oben ausgebrochen. Auch hier wird es weiterhin extrem wichtig sein, dass wir diese Linie weiterhin halten können. Noch viel, viel wichtiger als bei unserem Pattern auf unserem 1-Stunden-Chart. Wir sollten es folgendermaßen sehen. Ein Pattern im 1-Stunden-Chart ist lediglich eine Short-Term-Betrachtung. Das heißt, indem wir die Short-Term-Entwicklung prognostizieren durch diese Pattern in unserem Bitcoin 1-Stunden-Chart, können wir eventuell eine Prognose darüber machen, was in unseren größeren Timeframes passieren wird. Deshalb finde ich diese Pattern in unseren kleineren Timeframes sehr, sehr wichtig. Und Leute, so wie ich es gestern vorhergesagt hatte, sind wir mit Shiba nach oben ausgebrochen. Genauso wie ich es vorhergesagt hatte. Theoretisch haben wir hier nun ein Preisziel von in etwa 0,0004801. Es bleibt weiterhin sehr, sehr spannend, Leute. Ich werde euch natürlich weiterhin up-to-date halten über meine verschiedenen Social-Media-Channels. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mir folgen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Ich persönlich würde mich sehr darüber freuen. Und außerdem würdet ihr immer mitbekommen, wenn ich neue Trades setze oder diese Trades dann letztendlich wieder schließe. Aber Leute, Stichwort Trade. Noch ein Update zu meinem aktuell noch laufenden Bitcoin-Trade. Ich befinde mich immer noch mit 545.000 Dollar im Profit. Ausgedrücktem Bitcoin ergibt das 8,739 Bitcoin. Diesen Trade werde ich weiterhin offen lassen. Falls ich diesen Trade verkleinern sollte oder irgendwelche Änderungen an diesem Trade vornehmen sollte, werde ich euch updaten, wie gesagt, über meine Social-Media-Channels. Vielen Dank, Leute. Das war es von mir für dieses Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, nehmt euch bitte die drei Sekunden Zeit. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke. Denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr diese Art von Information immer genau danach haltet, wenn gerade etwas Spannendes im Bitcoin-Chart passiert. Und außerdem könnt ihr euch immer sicher sein, dass ihr stets von YouTube benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank und bis zu meinem nächsten Video. Bye, bye.